Ich muss hier raus. Dieses Gefühl haben Sie und ich wahrscheinlich in den letzten Wochen häufiger gehabt und haben Sie wahrscheinlich immer noch. Jesus Christus scheint es auch gehabt zu haben. Ich muss hier raus. Raus aus Jerusalems Mauern und Gassen, in denen die Luft für mich immer dicker wird. Also sucht er für sich mit seinen Jüngern einen Ort, um rauszukommen. Und er findet ihnen im Garten Gethsemane, den unsere Konfis und Tima hier liebevoll aufgebaut haben. Und sie kamen zu einem Garten mit Namen Gethsemane. Und er sprach zu seinen Jüngern, setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen. Und sprach zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wachet. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüber ginge. Und sprach, Abba, lieber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kam und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, Simon, schläfst du? Vermochtest du nicht eine Stunde zu wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fällt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder hin und betete und sprach dieselben Worte und kam wieder und fand sie schlafend, denn ihre Augen waren voller Schlaf. Und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal und sprach zu ihnen, Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Es ist genug. Die Stunde ist gekommen. Siehe, der Menschensohn wird überantwortet in die Hände der Sünder. Steht auf. Lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Wer ist dieser Jesus? Haben wir uns seit dem Beginn dieses Weges gefragt. Hier erleben wir ihn als einsamen Menschen. Im Moment der Krise, wenn man seine Freunde am dringendsten braucht und die Einsamkeit durch jede Ritze der Psyche kriecht. Doch seine Gefährten schlafen immer wieder ein. Als wäre es ihnen unmöglich, nur einen Moment ihrem großen Meister beizustehen. Jesus ist einsam in Gethsemane. Als ich diese Passage las, kam mir diese Einsamkeit erschreckend bekannt vor. Seit einem Jahr gilt Isolation als Gesundheitsschutz. Faktisch bedeutet das für viele graue Einsamkeit. Einsamkeit ist etwas, was schleichend daherkommt. Wie kalter Nebel, der zwischen den Stämmen von Gethsemane kriecht und sich wie eine erdrückende Decke um Jesus legt. Bleibt hier und wachet. Lasst mich nicht alleine in diesem Moment, wenn mir alles zu viel wird. Doch die Jünger schlafen. So wie dieses Land seit November in einem lähmenden Schlaf liegt. Was bleibt Jesus? Was bleibt uns? Was bleibt uns in solchen Momenten, wenn kein Mensch bei uns bleibt? Aber, Vater, Gott bleibt. Gott bleibt und sein Ohr ist immer offen für unser Gebet. Klar, es wäre schön gewesen, wenn die Ohren und Augen der Jünger ebenfalls offen geblieben wären. Aber das Fleisch ist schwach. Wir Menschen sind schwach. Wir irren uns. Wir liegen daneben mit unseren Einschätzungen und scheitern kläglich. Niemand will Einsamkeit. Und doch ist sie da, um uns herum. Und deshalb spreche ich zu dir. Aber, lieber Vater, Wirke dort weiter, wo meine Freunde nicht wirken. Und hilfe dort, wo ich nicht helfe. Amen. Ich möchte gleich mit Ihnen, für Sie und mit Ihnen vor Gott sprechen und beten. Vorher hören wir Richard Lembke an der Orgel mit einer kleinen Meditation. Gönn. Aber, dass Betty und wieder hat er der Leben qui nennt. Untertitelung des ZDF, 2020 Lasst uns beten. Aber, lieber Vater, höre uns, wenn niemand sonst hört, und bleibe bei uns, wenn niemand sonst geblieben ist, wenn die Einsamkeit einsickert wie Nebel zwischen den Bäumen in Gethsemane. Alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von uns. Großer Gott, ich bitte dich, beende die Einsamkeit, Isolation. Und ja, beende auch diese Krankheit. Wir können nicht mehr. Aber es wird Zeit, dass es endet und dass wir die Freiheit wieder spüren und wieder frei atmen können. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Du weißt es, Herr, wir Menschen, wir wollen alle immer das Richtige, aber wir liegen zu oft damit falsch. Bei uns im Kleinen, aber auch im Großen, auf allen Ebenen. Und deshalb, himmlischer Vater, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Ich bitte dich nur um Beistand und Schutz für uns in diesen Tagen. Amen.